Yo Leute, wir fahren heute zum L.A. Dodgers Spiel, also Baseballspiel und ja wie gesagt ich filme da ein bisschen mit und was hast du gesagt, ich hab's ja noch gar nicht gesagt, aber ja ich werd's einfach so zusammenschneiden ohne groß Musik und so, weil ich hab ja kein gutes Schnittprogramm und da wollte ich noch eine Sache sagen, wegen L.A. Ey, wir fahren dieses Wochenende nach L.A. für drei Nächte und da werd ich auch mit filmen, aber wie, also ich würde es gerne dann zu Hause schneiden, den Vlog, das heißt der kommt dann, ähm, na, bisschen weniger als zwei Wochen später, also der ist dann nicht mehr so aktuell, aber der ist dann halt etwas professioneller geschnitten und bei sowas Größerem mag ich das lieber, wenn es so, nicht einfach nur so ein schneller Zusammenschnitt ist, ich mag das nicht so gern, schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet oder soll ich es einfach trotzdem nur so zusammenschneiden, ich werd auf jeden Fall trotzdem ein paar Eindrücke hochladen, aber der richtige Vlog sollte dann, äh, wiederkommen, wenn ich zu Hause bin. So würde ich das dann machen und schreibt halt gerne in die Kommentare, wie ihr das fändet, wenn der halt noch nicht hier, hier jetzt kommt, aber es geht ja auch nicht, weil ich kein Schnittprogramm hab und ja, aber trotzdem, ich hoffe, das ist okay so und ja, wir sehen uns Leute, euch jetzt viel Spaß und ciao. Hiiii, we are from Spain. Passala, passala. Bandañas. Say hi. Hola. Hola. Say hi. Hola. Do one on YouTube. Yeah. Okay. 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 German. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Hiiii. 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 We sind jetzt am Stadion angekommen. Da hinten sieht man vielleicht die City, Downtown, LA und ja, da hinten ist das Stadion. Ich bin mega gespannt, wie das wird. Wir sehen uns. Hii. Hii. Jo, wir sind jetzt im Baseballstadion angekommen, da ist dieser Diamond, also dieses Spielfeld und hier sind so die Zuschauertribünen und so, ich werde jetzt nicht hinter mich filmen so direkt, also so ist ja okay, weil da sind Leute, die wollen nicht gefilmt werden und ja, mal sehen wie es wird, wir sitzen hier in der prallen Sonne, ist natürlich nicht geil und ja, wir sehen uns Leute, ciao Jo, wir stehen jetzt hier und, äh, warte, da, da, da ist die Skyline und ja, ich glaube das Spiel ist jetzt um, auf jeden Fall, die Deutschen haben verloren, ich weiß zwar nicht wie hoch, weil, keine Ahnung, ob jetzt noch irgendwas gemacht wurde und ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall und ja, dann nochmal die Skyline, wuuu, LA, ist auf jeden Fall richtig geil und ja, dieses Wochenende geht's wie gesagt nach LA Ich werde so kleine Einblicke euch geben, aber der richtige Vlog sollte dann halt kommen, wenn ich wieder zu Hause bin, wegen dem Scheisschnittprogramm, aber egal ähm, wir sehen uns, ich hoffe euch hat das kleine Video so ein bisschen gefallen, einfach nur so einen kleinen Eindruck mich wollen wir wieder melden und so und wir sehen uns, tschau Leute und darauf kommt auf die comentarios e Leute euch 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 euch